Sportlich hoffe ich immer noch Leistungssport zu betrieben und dann hoffe ich, dass das alles noch geht mit meinem Körper und Zeit. Ich bin Carlys und ich bin jetzt vier Jahre bei den Bänderbaskets. Ich glaube, dass du wirklich viel Kommunikation brauchst in deinem Job und auch bei Basketball oder Sport und einfach nie aufgeben. Da passieren halt Sachen im Leben, dass es nicht schön ist, aber weitergehen darüber hin, positiv bleiben und dann schaffst du im Prinzip alles, was du gerne haben willst.